Servus, Leute! So, 18 Grad heute, optimales Wetter. Wir fahren jetzt einmal zu CRC Custom Bike nach Blomberg. Mal gucken, wie es da wird. So, dann gucken wir mal, ob jeder schon da ist. Ah, da siehst du schon. So, dann gucken wir mal, ob jeder schon da ist. So, dann gucken wir mal, ob jeder schon da ist. So, dann gucken wir mal, ob jeder schon da ist. So, wie gesagt, wir fahren jetzt kurz zu Alex und dann geht das Richtung Köderberg. Ne, erstmal CAC Custom und dann Richtung Köderberg. Müsste jetzt gleich, glaube ich, zwei Minuten oder so sein, ne? Ja, wir können von der Tatsenschläge fahren. Ah, okay, okay. Ich bin wieder von hinten hier. Also, ihr wisst schon, wie ich das meine. Ich bin wieder von hinten. Ah! Ah! Oh, mein Gott! Ah! 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 geiler laden der erste eindruck auf jeden fall super hier, gerade mit dem chef gesprochen 1a so wir bullern jetzt noch mal zum köterberg eine runde oh scheiße ich darf in so welche läden eigentlich gar nicht rein gerade schon gesehen hier wieder richtig geil umgebaute mopeds da wahnsinn genau das was ich will xbox felge vorne geilen anderen lenker noch oh mann, ich darf da echt nicht hin keine ahnung, vielleicht muss ich meiner frau einfach mal irgendwie sagen es gab dieses Jahr kein unglaubliches geld und dann muss ich mir halt sowas muss ich halt da rein investieren na 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 20. 20. 22. 43. 43. 44. 45. 48. 45. 49. 55. 36. 47. 50. 68. So, wir sind gleich da So, wir sind gleich da So, wir sind gleich da Auch wenn es hier nicht so bergig ist in Ostwestfalen, aber den Köterberg, den haben wir So, wir sind gleich da So, wir sind gleich da So, wir sind gleich da